Oh, Fani-Mon! Lucemon im Satan-Modus ist nichts weiter als eine Ansammlung bösartiger Daten, ganz ohne Bewusstsein. Wenn ihr die heiligen Kräfte der zehn legendären Digi-Krieger miteinander vereint, könnt ihr gewinnen. Glaubt an eure Fähigkeiten und an ihre. Also, wollt ihr kämpfen oder nicht? Also dann, Digi-Ritter. Viel Glück! Lasst uns kämpfen! Und mit dem heutigen Tag werden wir eine neue Legende schaffen! So, Ruhi! Legen wir in der Sphäre-Dinfektion zu! Wir sind nun alle miteinander vereint. Ein Herz. Ein Körper. Eine Hoffnung. Eine Zukunft. Susann-O-Mann! Wir sind alle digitären! Susann-O-Mann hat sich verändert und ist jetzt ein neuer legendärer Krieger. Oh nein! Blut, er verzweifelt! Blut, er verzweifelt! Wie können wir Lucemon schlagen? Sie hat doch irgendwas gerufen! Hey, aber es hieß doch, dass Lucemon im Satan-Modus kein Bewusstsein hat. Und wer hat angerufen? Irgendetwas, was ein Bewusstsein hat. Guck! Guck! Guck!